Wenn ihr, so wie ich, Fans der The Walking Dead Zombie-Serie seid, dann seid ihr sicherlich auch Fans von ein, zwei Spin-Offs. Manche werden euch wahrscheinlich weniger gefallen haben, die anderen dafür mehr. Wenn ihr aber jetzt nur Seriengucker der Originalserie seid und euch aber denkt, ach, irgendwie ein bisschen Abwechslung wäre schon geil, dann gibt es zwei, drei Spin-Offs, die ich euch ans Herz legen würde. Aber heute geht es um eins, ein Spin-Off, was sehr, sehr gespaltene Meinungen erzeugt. Heute geht es um Tales of The Walking Dead, einen kleinen, sehr, sehr kurzen Spin-Off, was, wie gesagt, sehr, sehr meinungsspaltend war. In dem Video will ich euch mal erklären, warum es so die gespaltene Meinung hat, was meine Meinung dazu ist und inwiefern ich es euch empfehlen würde. Damit heiße ich euch aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, wie gesagt, The Walking Dead, eine super Serie und jeder, der Fan ist, wird auch gerne mehr von der Zombie-Apokalypse im AMC-Universum sehen wollen. Und wenn ihr auch schon vier The Walking Dead durch habt und auch mit World Beyond nicht so wirklich was anfangen könnt und nur schlechte Kritik über Tales of The Walking Dead gehört habt, dann kann ich euch beruhigen, die schlechten Kritiken waren nicht umsonst da. Aber trotzdem möchte ich euch heute mal zwei, drei Gründe aufzählen, warum sich die Serie vielleicht doch lohnt. Grob zusammengefasst ist Tales of The Walking Dead eine ganz kleine, kurze, sechs Episoden, lange Serie, die uns verschiedene Charakteren zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen Bereichen der Welt, sag ich mal, zeigt, in der Welt von The Walking Dead. Bedeutet, wir haben hier quasi keine Parallelen zu Originalserie bis auf eine große Parallele. Darauf komme ich aber speziell zu sprechen. Und sonst sind es einfach Charaktere, die einfach gezeigt werden und dann einfach nie wieder auftauchen. Und ganz kurz und knapp gesagt, die Serie ist Hit or Miss. Zum Teil ist sie gut, zum Teil ist sie schlecht. Ein Teil wird den Leuten gefallen, der andere Teil wird ihnen nicht so gefallen und das kann man auch untereinander gerne austauschen. Denn diese sechs Episoden kann ich persönlich unterteilen in drei gute und drei schlechte Episoden. Direkt gesagt, es ist natürlich nur meine Meinung. Das bedeutet, wenn euch andere Episoden besser gefallen haben, ist es nichts Falsches oder was weiß ich, sondern einfach, es geht hier darum, dass ich finde, die Serie ist wirklich in dem Fall, wie Thanos sagen würde, Drei gute, drei schlechte Episoden. Und natürlich möchte ich auch direkt anmerken, es wird hier natürlich zu kleinen Spoilern kommen. Bedeutet, wenn ihr die Serie wirklich komplett blind gucken wollt, wo ich jetzt sagen würde, es ist nicht so schlimm, wenn man gespoilert wird, aber wenn ihr wirklich komplett blind reingehen wollt, dann guckt das Video hier erst später oder gar nicht oder auch jetzt. Wie gesagt, es ist nicht so schlimm, wenn man dabei gespoilert wird, weil es halt kein großartig, großer Plot drumherum aufgebaut wird. Starten möchte ich jetzt erstmal mit den drei Folgen, die mir gut gefallen haben. Kurz vorweg, die Folgen sind nach den Charakteren, um die es hauptsächlich in dieser Folge geht, benannt. Meine drei Lieblingsfolgen waren Folge 1, Folge 3 und Folge 4. Die erste Folge dreht sich ganz um Evie und Joe. Joe, gespielt von einem guten Terry Crews, was super lustig irgendwie ist. Er ist ein Prepper, er ist jemand, der sich auf diese ganze Apocalypse vorbereitet hat. Er hat einen Bunker, er ist ausgestattet, er würde das Ding so safe überleben, zumindest ein paar Jährchen. Und er hat auch so seine Routinen und naja, er will aber irgendwie, oder was ist, will nicht, er muss aus einem gewissen Grund, naja, rausgehen und will dann einfach weg. Hat dann irgendwie so eine Brieffreundin, in Anführungsstrichen, und trifft dann halt auch auf Evie. Anfänglich verstehen sie sich nicht, dann verstehen sie sich doch und wir haben quasi einen Roadtrip durchs Land, bis sie halt zu, ja, Joes, naja, ich sag mal, Brieffreundin treffen und da halt, ich sag mal so, überrascht werden, negativ überrascht werden und am Ende gibt's schon ein Happy End. Aber im Prinzip ist diese Folge so, okay, es wird gezeigt, wie ein Typ sich perfekt drauf vorbereitet hat, wie der da sein Leben chillt und naja, halt dann ein kleiner Roadtrip. Warum die Folge mir gefallen hat, weil sie, naja, solide war und einfach eine ganz normale The Walking Dead Folge hätte sein können. Ein Prepper-Typ, der auf jemanden trifft, die nimmt den ja auch erst irgendwie gefangen, wie gesagt, die verstehen sich nicht so gut am Anfang und dann kommt ein Roadtrip zustande und die verstehen sich an Ende dann doch und irgendwie ein Happy End und irgendwie cool. Ist eine ganz solide Folge. Folge 3 hält den Namen Die und dem einen und dem anderen wird bei diesem Namen ein Glöckchen im Köpfchen klingeln und zwar Die, das ist, naja, kurz vorm quasi für Deborah, was quasi der wahrscheinlich originalen Name von Alpha ist. Also Die auf jeden Fall. Alpha ist Die, Die ist Alpha. In der Folge Die geht es ja um Alpha, bevor sie zu Alpha wurde. Lydia ist auch da, sie sind auf dem Schiff, das sind ganz weirde Menschen und es passiert sehr viel Komisches und Alpha macht Alpha Sachen und es ist irgendwie komisch bis zu dem Punkt, wo es cool wird und wir quasi die originalen Whisperer treffen mit Hera als ihre, naja, Alpha in Anführungsstrichen. Die Folge baut irgendwie darauf auf, dass Alpha gerade frisch Alpha geworden ist und halt den Whisperern erzählt, wie sie Alpha geworden ist oder den Zuschauern in dem Fall. Und ich finde die Folge geil, weil es halt eine Verknüpfung zu The Walking Dead gibt, einen Charakter, den wir kennen. Ja, Zerutsch zwei Charaktere, die wir kennen. Lydia ist halt noch nicht die Lydia, die wir kennen, aber es geht ums Prinzip. Und was ich noch geiler finde, wir bekommen mehr Background-Story zu den Whisperern. Hierzu habe ich tatsächlich schon ein extra Video gemacht. Das werde ich hier wahrscheinlich irgendwo verlinken, einblenden, keine Ahnung. Wenn euch das interessiert, wer Hera ist und wie die Whisperer vor Alpha waren und vor allem wie vielleicht Alpha zu Alpha geworden ist, checkt das Video gerne aus. Ist ganz cool irgendwie die Story so dahinter, auch wenn die Whisperer nicht so die gefeiertsten Schurken sind. Die Story dahinter ist schon, hat schon was Cooles. So, und die vierte Folge, beziehungsweise Folge 4 mit dem Namen Amy und Dr. Everett oder wie man den Namen auch ausspricht. Das ist Folge 4, die dritte Folge, die mir gut gefallen hat. Und zwar geht es hier um einen, ich nenne es mal, eine junge Dame, eine junge Frau, die sich mehr oder weniger verirrt. Und wir treffen aber vorher erstmal auf diesen werten Herrn Dr. Everett. Und der Typ ist mega cool. Abgesehen davon, dass er die Haut der Toten trägt und somit nicht aufzufallen, ist er als Forscher unterwegs und erforscht die Walker, erforscht wie sie sich verhalten, erforscht ihre, naja, wie sie rumlaufen, was sie machen, wie sie funktionieren, wie sie entstanden sind. Und das ist auch der große Punkt, warum mir die Folge so gut gefallen hat. Wir bekommen super viel erklärt. Wir bekommen quasi gesagt, diese Horden, die sich bilden, sind nicht mal dumm. Es gibt einzelne Walker, die explizit aus den Horden rausgehen, Essen suchen, also Menschen, und dann wieder zurückkommen, um die Horde dann da hinzuleiten. Super interessant, super cool. Die Geschichte zwischen Amy und dem Doktor ist so ein bisschen lame und irgendwie komisch. Und am Ende ist es auch alles super weird irgendwie. Aber grundlegend finde ich diese Episode so geil, weil es halt einfach richtig, richtig viel zeigt. Zum, ja, halt zu den, der Background-Story von den Walkern. Er gibt den Walkern sogar einen eigenen Namen, also wie sie ihn hat, der Homo Sapien. Und er nennt es Homo irgendwas. Ich werde es wahrscheinlich hier einblenden oder so. Ja, das waren jetzt die drei guten Folgen. Wie gesagt, ich fand sie gut, weil sie realistisch waren. Sie haben uns Story geboten. Sie haben uns Vorgeschichte zu Alpha und den Whisperern gegeben. Sie haben uns gezeigt, wie die Apokalypse so verläuft, wie sie so sich entwickelt. Und vor allem mit der Dr. Everett-Folge halt auch, was da für eine Wissenschaft hintersteckt. Was ich halt einfach super genial finde, wirklich. Kommen wir nun zu den drei, ich sag mal, schlechteren Folgen. Und vorab, alle drei Folgen leiden für mich, also aus meiner Sicht, unter dem gleichen Problem. Sie sind unrealistisch. Da hätten wir zum einen Folge 2, Blair und Gina. Und ja, was soll ich sagen? Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, das ist nichts anderes, ist diese Folge. An für sich eine lustige Folge, wenn man sie außerhalb vom The Walking Dead-Universum sieht. Kurz erklärt, Gina und Blair, Blair ist glaube ich die Chefin von irgendeinem Versicherungsladen. Und Gina arbeitet da und die hasst ihren Job. Und es ist alles scheiße. Es ist so dieses typische, die Chefin ist eine blöde Kuh, eine reiche blöde Kuh. Und die arme, also gut, oder halt nicht so reiche Mitarbeiterin ist eher so das Buh-Mädel. Und die erleben halt den frischen Start der Apokalypse. Sie bekommen mit wie einer der ersten Zombies potenziell jemanden anknabbert. Und ab da verhält sich es jedes Mal gleich. Sie versuchen da wegzukommen, schaffen es irgendwie nicht. Und immer wenn sie sterben, durch was auch immer, ob sie erschossen werden, ob ein Tanklaster unzählige Male hochgeht. Sie sich umbringen, sie sich nicht umbringen, sie einfach, egal wie. Irgendwie sterben sie und kommen dann wieder an diesen einen Punkt zurück. Deswegen, wie gesagt, untäglich grüßt das Murmeltier. Die Folge ist ziemlich zwiespaltig für mich, weil ich auf einer Seite dieses Konzept lustig finde. Weil es irgendwie auch unterhaltsam war zuzugucken. Und vor allem, weil es irgendwie ein bisschen Humor in das Universum von The Walking Dead gebracht hat. Jetzt kommt aber mein Problem damit. Damit, gerade weil im The Walking Dead-Universum sehr wenig humoristische Sachen sind, hat es halt nicht so reingepasst. An für sich eine lustige Idee. Es gibt ja sogar ein Konzept oder was heißt Konzept? Die Idee steht ja im Raum, auch eine, ich sag mal, Comic- oder eine Comedy-Variante von The Walking Dead zu machen, die auch im The Walking Dead-Universum spielt. Fände ich super lustig. Hier im Zusammenhang passt die Folge leider nicht. Vor allem, weil sie halt wortwörtlich unrealistisch ist. Das ist mein großes Problem damit. Spoiler, Leute, am Ende kommen sie dann aus diesem Loop raus. Die zwei verstehen sich. Das ist ja natürlich Ziel des Ganzen gewesen, dass sie sich irgendwo verstehen. Beziehungsweise sich nicht mögen, aber eingestehen, dass sie sich nicht mögen und damit auch leben. Irgendwie eine gute Message, aber an und für sich halt, es war halt unrealistisch. Aber irgendwie, man muss auch sagen, in jeder Serie, die es auf dieser Welt gibt, über Supernatural, von Lost, allem Möglichen, es gibt immer diese eine und täglich grüßt das Nurmeltier-Folge. How I Met Your Mother gewiss auch. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Alle Serien haben diese eine Folge, oder gefühlt alle Serien, haben so immer so eine und täglich grüßt das Nurmeltier-Folge. Wie gesagt, an für sich lustig, aber gerade deswegen passt es nicht so hundertprozentig. Folge 5 trägt den Namen Devin, Devin, Devin und wir verfolgen hier, ja, Devin, Devin, wie auch immer er heißt. Und auch hier das Problem, die Folge ist unrealistisch. Ah, nicht schlecht gemacht, aber unrealistisch. Wir wachen mit Devin, Devin, Devin zusammen auf und der Typ ist quasi mehr oder weniger halbtot, ist verwundet, irgendwie, ich glaube, er hat, braucht ja eine Brille, ist die Brille kaputt, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Und auf jeden Fall, er fängt an zu halluzinieren und redet mit einem Walker. Ja, auch wenn wir das bei den Whisperern schon öfter hatten, dass sie die Walker-Reden gehört haben, er hat sich wirklich mit ihm unterhalten. Oder mit ihr, ich weiß gerade gar nicht mehr. Der Typ kommt in ein Dorf, wird da erst verpflegt und dann doch, weil er der ist, der die Kinder entführt angeblich, ist es aber doch nicht. Und er hat immer Flashbacks und Halluzinationen, was passiert ist. Und am Ende stellt sich heraus, das, was er in Flashbacks sieht, ist das, was vorher passiert ist. Da hat er gemerkt, okay, hier ist die und die Person, die die Kinder entführt. Er rettet am Ende die Kinder oder ein Kind. Und es ist irgendwie ein Happy End und irgendwie eine coole Story und irgendwie cool gemacht. Aber halt auch hier mein großes Manko. Es ist unrealistisch, es ist super, super unrealistisch. Er stellt sich diesen Zombie ja nicht nur vor, also er ist an den Zombie, glaube ich, sogar gefesselt und läuft mit dem rum. Also effektiv ist der da und ich weiß nicht, es war so weird. Ich habe die Folge tatsächlich auch so, das war die erste Folge, wo ich so abgeschaltet habe mit meiner einen Gehirnhälfte. Ich habe sie nicht für voll genommen, ich weiß nicht warum. An und für sich, wie gesagt, eine gute Folge. Muss ich hier auch sagen, alle diese unrealistischen Folgen alleinstehend sind nicht schlecht, aber halt nicht passend für The Walking Dead. Und als letztes hätten wir, ja, leider tatsächlich am enttäuschendsten die Folge 6. La Donna oder La Dona, La Dona, ich weiß es nicht. Auch hier einfach nur eine unrealistische Folge, die nichts im Universum von The Walking Dead zu tun hat. Wir haben hier zwei Leute, ein Junge und ein Mädel und die sind in einem Haus, wollen sich da verstecken und da ist eine alte Frau und die stirbt oder die ist schon tot, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, auf einmal passieren geisterhafte Sachen und irgendwie werden sie verflucht und das Haus ist verflucht, denn der Geist von dieser Frau lebt noch da. Ich glaube, die haben die getötet oder die ist gestorben, irgendwie sowas. Und deswegen, der Geist von dieser Frau ist dann da und vertreibt die und, ja, es ist quasi eine Ghostbuster-Folge irgendwie so. Es ist richtig kacke, unrealistisch und lustigerweise, wenn man sich anguckt, Folge 5 und Folge 6 sind diese zwei, ich nenne es mal Geister-Folgen. Da war mein Gehirn wirklich schon auf Halbgas und offline, weil die so uninteressant waren und so unrealistisch, dass ich wirklich gesagt habe, hey, nee, das gucke ich mir nicht mehr mit ernstem Interesse an, sage ich mal. Auch hier muss ich sagen, die Folge ist nicht schlecht, beide Folgen sind nicht schlecht, aber es ist zu unrealistisch. Ich würde tatsächlich im Nahen dann sagen, Blair und Gina, also Folge 2, würde ich sogar noch höher setzen, zwar nicht als gute Folge, aber besser als die Geister-Folgen, definitiv. Am Ende ist es einfach nur zu sagen, aus meiner Sicht gibt es drei gute, drei schlechte Folgen, alles in allem macht es die Serie okay, vor allem, weil es mit guter, frischer Abwechslung war. Grundlegend finde ich das Prinzip dieser Serie mega geil, einfach random Charaktere zeigen, wie die irgendeinen Abschnitt, wir haben ja jetzt wie viele Jahre Zombie-Apokalypse, und in irgendeinem Abschnitt zeigen wir diese Charaktere und die erleben irgendwas. Und dann Hardcut, scheiß auf die Charaktere, Wegwerf-Charaktere brauchen wir nicht. Ich hätte es gefeiert, wenn Tales of the Walking Dead eine zweite Staffel bekommen hätte oder halt einfach fortgesetzt würde, weil dieses Prinzip wirklich von random Charakteren, die nichts zur Story beitragen, sondern einfach nur erlebe mit diesen Charakteren, was da los ist, finde ich super geil. Deswegen finde ich Tales auch gar nicht mal so schlecht. Wenn ich jetzt benoten müsste oder eine Punktzahl geben müsste, so von, wie viel, von 10? Ich würde Tales of the Walking Dead, ja, 5 von 10 Punkten geben, weil es ist nicht schlecht, es ist aber auch weit weg von gut. Es gibt gute Momente, es gibt gute Folgen, habe ich ja gerade schon gesagt, aber an und für sich ist es eher so, meh. Und jetzt kommt es zum größten Manko, ähnlich wie bei Daryl Dixon, ähnlich wie bei Dead City. Wenn ich mich nicht recht entsinne, muss man für Tales of the Walking Dead Magenta-Abo haben. Und ich glaube, Tales kannst du sonst nirgendwo gucken. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, also verbessert mich gerne in den Kommentaren, falls ich falsch liege. Aber soweit ich weiß, ist Tales nur auf Magenta verfügbar. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, da muss man abwägen, ob es sich wirklich lohnt, wenn man nicht Magenta-Kunde ist, das sich extra nur dafür zu holen. Klar, mit Daryl Dixon, Dead City und dann auch The One to Live lohnt es sich momentan schon, sich das Abo zu holen. Und wenn es nur für einmal gucken ist und dann, aber am Ende des Tages, ich würde sagen, wenn ihr mit The Walking Dead durch seid, mit Fear the Walking Dead durch seid, World Beyond Scheiße findet, wie ich auch. Und wenn ihr grundlegend Bock auf The Walking Dead Stuff habt und keine Ahnung habt was, dann könnt ihr euch das geben. Es ist eine gute Serie, es ist lustig sich anzugucken. Man muss sich von vornherein einfach nur sagen, ich nehme die Serie nicht ernst. Dann ist die Serie super gut. Für die Leute, die wirklich sagen, The Walking Dead und Fear the Walking Dead, ich will dieses, dieses Seriöse, dieses Ernste in der Serie mit zwei, drei Lachern zwar, aber dieses, ich möchte eine Apokalypsen-Serie sehen, eine Zombie-Serie mit deepen Character-Stories, für die ist Tales of The Walking Dead wahrscheinlich nichts. Weil zum einen, es gibt keinen roten Faden und zweitens, es ist sehr, sehr viel Unterhaltungswert dahinter. Also es ist eine sehr, sehr comic-relief-hafte Serie, die einfach ein bisschen die Ernsthaftigkeit aus The Walking Dead rausnehmen wollte, es auch geschafft hat, so aus meiner Warte her, aber am Ende irgendwie an wichtigen Punkten reingeschissen hat, um es mal plump auszudrücken. Die Folge D ist für mich eine 10 von 10 Folge, weil es einfach mit den Whisperern zu tun hat und das Story geliefert wird zu D, zu den Whisperern und ich es einfach geil finde. Aber das ist auch absolut nur meine Meinung, weil die Whisperer ja wirklich eine eher schlechtere Meinung mit sich bringen, leider. Wie gesagt, am Ende würde ich die Serie schon empfehlen, vor allem für Leute, die einfach sagen, ich habe Bock auf so Stuff. Für Leute, wie gesagt, die es eher ernster wollen, eher weniger und wie gesagt, vor allem, man muss halt dann abwägen für sich selber an der Stelle. Hole ich mir mal Genta, wenn ich es nicht habe und wenn, lohnt es sich wirklich nur für diese eine Serie. Wie gesagt, die anderen Serien kommen jetzt auch noch dabei, aber die seien jetzt hierfür erstmal außen vor. Am für sich, von mir aus, eine Empfehlung geht raus. Wie gesagt, unter Vorbehalt, ob man auf sowas steht. So, und ich hoffe jetzt mit diesem kleinen Meinungsvideo und Erklärbär-Video konnte ich einigen von euch da draußen vielleicht die Entscheidung abnehmen, ob man die Serie sich mal anguckt oder nicht. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, habt ihr die Serie schon gesehen? Wie fandet ihr die Serie, wenn ihr sie gesehen habt? Und wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, habt ihr es vor? Hat euch das Video vielleicht, naja, weitergeholfen? Oder eher gesagt, nö, jetzt habe ich noch mehr Gründe, es nicht zu gucken? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich würde mich darüber freuen. Abschließend hätte ich jetzt nur noch zu sagen, wenn euch solche Videos gefallen, zu The Walking Dead, allgemein zu Filmen und Serien, in allen Themenbereichen, wenn euch sowas interessiert, checkt auch gerne den Kanal mal aus. Guckt euch ein bisschen um, vielleicht findet ihr hier Stuff, der euch gefällt und dann lasst gerne ein Abo da. Ich wäre sehr happy darüber auf jeden Fall. Und jetzt will ich das Video nicht noch länger strecken, als es wahrscheinlich sowieso schon ist. Und deswegen würde ich einfach sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, naja, wie auch sonst immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.